Diesmal fahre ich vielleicht nicht durch diese ganzen Fässer, die da sind, weil ich dachte, ich muss die Brücke sprengen. Aber nein, das muss ich gar nicht machen. War gar nicht nötig. War gar nicht nötig. Ja. Ein cooler Panzer. Der ist ganz schön. Ne, mit dem X und so. Ich hoffe, Mario lebt noch. Ja, er lebt. Ich halte meine Versprechen. Wie geht's meinem Panzer? Hat das jetzt Schaden gemacht oder nicht? Nö, ins Meer fahre ich das Ding nicht. Okay, machen wir. Aber unsere Schwänze sind so groß. Boom. Ich fahre einfach durch. Die Studie ist uns egal. Du bist hergelegter. Können wir die mal explodieren? Aber bist du bei mir? An mir explodieren? Ich biege hier ab. Ich habe nicht hier einen Helikopter. Nicht schön, sowas. Oh ja, jetzt kann der Panzer mal ein bisschen zeigen, was er kann. Gut. Fahr den Panzer auf das Boot. Sachte. Nein. Mit vollem Schwund. Boom. Ist auf dem Boot. Alter Falter. Ein schöner Panzer? Den schnappen wir uns irgendwann. Ja. Wie ich so sagte, fahren nur die fahren selbst wie angesenkte Säure. Ja. Jetzt haben wir uns Schmuggler ein richtig krasses Panzerding überlassen. Ob das jetzt so gut war, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass wir das vielleicht selbst verwenden können irgendwie. Mission abgeschlossen. Ein Akt der Piraterie. Ein Jetski. Die Informationen aus dem Bavarium-Panzer sind faszinierend. Ich brauche Hilfe bei der Auswertung. Komm zur Höhle. Ah, schon wieder zur Höhle. Was ist denn los mit euch? Wo sind wir denn gerade? Wir sind hier. Es wird einfach zu lange dauern, da hinzukommen. Dementsprechend gehen wir mal wieder zur Höhle. Dann frage ich mich, wie kommen wir da hin? Ich glaube, wir fliegen mal. Wir fliegen mal ein bisschen. Hier ist ja genug Platz für den Helikopter. Hoffe ich zumindest. Rebellenabwurf. Fahrzeuge, Helikopter, URK-Irgendwatt. Anfordern bitte. So. Oh nein. Nein, das ist jetzt ins Wasser geflogen. Perfekt. Danke für diesen wunderschönen, in Glitzer getauften Helikopter. So. Oh, das war glaube ich der falsche. Der hat ja bloß eine Minigun. Damit kriege ich ja nicht mal eine Brücke kaputt. Ja, die Brücke bleibt komplett ganz. Mist. Na gut. Man nimmt was, was man kriegen kann. Drei sind eine Gruppe. Aha. Dann werden wir jetzt irgendwas mit Annika wahrscheinlich machen. Cool. Und los geht's. Yeah. Sachen kaputt machen. Feinkontakt. Alle Einheiten hierher. Wenn wir schon hier sind. Befreien wir schnell die Stadt hier. Das Ding da. Das ist mir ja wieder nicht kaputt. Warum auch immer. Ein bisschen komisch, aber es ist nun mal so. Ist noch so ein Ding. Okay. Die haben wir alle weg. Wo ist die Polizeistation? Genau vor mir. Und die kümmern wir mich jetzt auch noch. Ganz easy. Das geht kaputt. Alter, da ist ja meine Pistole krasser drauf. So, was noch? Ja, die sollen auch eher Tanks haben. Soll auch noch zwei Stück da rumstehen. Ein Benzintag weniger, ein Problem weniger. Ja, so sieht's aus. Statue, hier ist noch irgendwie so ein Transformator muss hier noch irgendwo rumstehen. Wieso seh ich den nicht? Ich hasse das nicht, wenn man ihn nicht sehen kann. Hä, was soll der denn sein? Moment, wir gucken schon auf der Garte. Äh, ist hier grad gar nix. Scheiße, der ist genau vor mir. Vielleicht unter mir. Vielleicht hier drin. Aha. Was haben wir denn da feines? So. Wenn ich Soja mache. Nein. Scheiße, ich dachte es ist Autopilot. Schnell rein, schnell rein, schnell rein. Oh, oh. Nein. Ich bin tot. Oh, geil, Mann. So eine Kacke, das war so gut. Ich hab da alles niedergemetzelt. Weißt du, alles war schon niedergemetzelt. Boah, und dann... Es gab doch mal so einen Helikopter, da konntest du dann so rausgehen. Ähm, da konnte man so rausgehen. Dann hing man unten dran. Oh, was ist das denn ekelhaftes? So was ekelhaftes hab ich ja noch nie gesehen. Warte mal. Wenn wir schon mal hier sind. So. Wird ordnungsgemäß gesprengt. So. Lalalala. Ihh, ist der hässlich. Schnell weg hier. Wir wollen damit ja nichts zu tun haben. Deswegen laufen wir jetzt mal hier irgendwie lang. Ich will, du bist da hoch, Mann. Geht doch. So. Ich hab damit nichts zu tun. Nice. Gut gesprengt, das Ding. Okay, dann. Da ist ja nicht mehr viel übrig jetzt. Noch die hässliche Statue. Die ist da. Da setzen wir uns mal auf den, sein Gesicht. So. So. Ups. Das war falsch. Alle drei auf, alle vier auf den gleichen Knopf. So. So. Yep. Weg mit dem Kopf. Oh, war ich das? Ja, war ich das? Entschuldigung. So. Da haben wir ein Gesicht. Ein Gesicht sah ich schon ein. Hä? Hier ist ja noch so ein Ding. Hä? Das ist rot, aber es gehört... Ach, das ist dieser Wagen. So. Mist, die haben mich entdeckt. Sie wissen jetzt, dass ich existiere. Das ist nicht gut. Da ist noch das eine Schild. Ungefähr dort. Wo ist es denn? Da. Da war es mal. Hehe. So. Polizeirevier. Ich komme. Nein, die rufen Kronk an. Kein Problem. Kein Problem. Das kann ich... Das kriege ich noch hin. Das kriege ich noch hin. Ja. Hoch damit. Los, Rebellen. Kommt rein. Mehr Männer. Mehr Männer. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Das wollte ich nicht bringen. Durchhalten, Boden-Team. Das wollte ich gar nicht machen, aber gut. So. Wo ist denn jetzt das Gefängnis? Ich bin hier. Hä, wo ist denn da? Na endlich. Hallo. Hier bin ich. Und dann öffnen wir noch schnell den Knast und haben wir die ganze Stadt hier befreit. Ging easy, easy, easy. Haben wir alles dem Helikopter zu verdanken, den wir nicht mehr haben. Was? Wo? Mein Fallschirm ging nicht auf. Was? Wieso ging mein Fallschirm irgendwie zu spät auf? Gleich weiß ich dich nicht. Jetzt aber. Wo ist denn jetzt unsere schöne Sichtkontakt verloren? Ah, ich muss noch für Verwüstung sorgen. Verwüstung kommt. So. Noch mehr Verwüstung irgendwie? Ich hab keine Ahnung wie. Da unten sind ein paar Menschen. Verwüstung genug? Okay, nice. Lalalalala. Miau. Was haben wir denn da Schönes? Njopp. Dann passt hier auf, wo die hinfliegen. Ich fliege nur dahin, wo es auch wichtig ist. Ja, und befreit. Dieses kleine Dörfchen hier mitten im Nirgendwo gehört jetzt uns. Yeah, eine Garage bekommen. Kovara Regatta. Dragonflug. Oh, das klingt natürlich cool. Also so eine Flugzeugherausforderung. Die würde ich tatsächlich gerne mal machen. Hier ist noch irgendwo was. Bin ich hier richtig? Hier in die Richtung? Hä, wo soll das denn sein? Oh, das war hier irgendwo. Brüder und Schwestern. Arcus Berantia hat den Truppen von General Di Ravello gerade Arriveder gesagt. Rico und die Rebellen haben es wieder mal geschafft. Viva la Revolution. Ja. Ja. Tag für die Klinik. Ausbilder Duschkuh, dieser armen Narr, hält sich tatsächlich für Intelligenz. Während das fette Schwein lacht, zermalme ich mir die Zähne, um keine Reaktion zu zeigen. Ich will aufhören. Seine Kurzsichtigkeit trieft genauso aus seinen Poren, wie sein mit Drogen versetzter Kaffee. Ja, das ganze Kuschel mit deinem Auto. Ja, Kuschel mit deinem Auto. Das ist ganz schön pervers irgendwie. Okay, ich wollte dieses Flugding mal machen. Weil da hätte ich echt mal Bock drauf. Wo ist denn das? Ach, da hinten? Bläh, ist ja voll weg, weit weg. Aber egal. Da habe ich mal Bock drauf. Ein bisschen mit Flugzeug fliegen. Gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Wo ist denn das? In die Richtung. Juhu. Ja, komm schon. Das ging doch an den Bäumen immer. Ja, dann machen wir es wieder auf die Art. Jihau. Ach, das ist schön. Ja, wir haben mal eben schnell die Stadt befreit. Das haben wir... Ja, also wenn man da zufällig vorbeikommt, dann kann man das ja mal mitnehmen, Leute. Da kann man das doch mal mitnehmen. Habt euch doch nicht so... Wow, das war jetzt aber wirklich... Das war jetzt richtig Schub. Das war ein richtig krasser Schub auf einmal. So, wir sind gleich da. Nyaung. So, mal gucken, ob ich jetzt noch nach oben komme. Sollte ich aber eigentlich. So. Hä? Mir ist gar kein Flugzeug. Wo? So. Dragon Flug. Da hab ich mal Bock drauf. Wettfliegen. Ja, ein Wettfliegen. Gegen wem fliegt euch die Kontrollpunkte, erreicht ihr das Ziel so schnell du kannst? Einer hat's nur gemacht aus meiner Liste. Nur einer. Haar, Fahrzeugwechsel? Man kann den Fahrzeug wechseln? Na gut. Wäre ein bisschen dumm, jetzt den Helikopter da zu wählen. Oder das Ding. Da ist das hier, glaube ich, ein bisschen besser. Man kann's aber mit verschiedenen Fahrzeugen fliegen und so. Lol. Wer soll das denn... Wer soll das denn wissen? Na? Oh, sieht echt gut aus. Gutes Stück Flugzeug, was wir hier haben. Hallo, wie geht's Ihnen? So, Baby. Puh. Dann starten wir mal. Guck mal, wir sind schneller jetzt als der andere. Weil der hat bestimmt Schubdüsen drin und so'n Scheiß. Also wenn Flugzeugen fliegen geht, da bin ich der Beste der Welt. Da kann mir keiner was nachmachen. Oder vormachen. Oder wie auch immer. Nachmachen kann mir auch keiner was, weil ich ja so gut bin. Was? Wieso ist der schneller als ich? Was? Das ist ungefähr der... Man hört's ja, der Tour... Der Turbo an. Der hat Turbo an, der Sack. Ich will auch Turbo haben. Unfähr. Was dahin? Uh. Boah, das Lenken, das Lenken. Aber ist schon geil mit dem Jet rumfliegen. Naja, komm. Du kannst mir auch mal. Oh. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Brauchst du nicht machen. Ich bin mit dem Jet unterwegs. Find ich mir nicht mehr weg. Ich bin, ne? Der will's aber auch nicht wissen, ey. Der will's aber auch nicht. Ja. Jetzt hat er's verstanden. Oh, das sind Bomben. Ups. Ich hab Bomben fallen lassen. Ups. So, was hab ich bekommen? War es nur vier? Ja, weil ich keine... Ich hab ja kein Turbo, ey. Voll unfair. Maximal Leuchtfackeln eins. Oh yeah, mehr Leuchtfackeln können wir jetzt mitnehmen. Nächste Freischadung Luftfahrzeuge. Sechs weitere Zahnräder zum Freischadung des Ausrüstungsobjekt. Was? Kriege ich dann ein besseres Luftfahrzeug oder wie? Verstehe ich nicht ganz, aber okay. Na gut, Tenshi ist jetzt wenigstens dabei. Ist doch auch was Feines. Oh, geil, stimmt. Ja, shit. Ist echt schwer, da zu treffen. Alter, wie die auf mich ballern. Oh, wow. Jetzt haben die fast weg, selbst weggebombt. Ei, 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 ei. Guck mal, die offene See, Leute. Die offene See. Aber wir wollten ja eigentlich... Mods. Ah, wir haben ja was bekommen. Stimmt. Beim Fliegen haben wir was Neues. Maximal. Erhöht die maximale Anzahl der Schnellreiseleuchtfackeln. Ach so. Hä, Luftnitroschub habe ich doch. Ach, nur die abgeworfenen. Hä? Keine Ahnung. Ich würde eigentlich hier auf der Karte. Wir wollen ja die Mission jetzt machen. Komm. Auf zur Mission. Oha, mir wird so schlecht, ey. Also eine Maus zur Seite schieben. Hä? Hä, was hat mich da beballert gerade? Ich weiß ja, was kann mich denn hier beballern? Ist ja gar nichts hinter mir. Bomben! Oh, da. Ein fieses Ölkraft-Genehmenspunkt. Verfolgung aufnehmen. Das kann doch was Schlechtes sein, oder? Oh yeah. Sie hat das Gebiet verlassen. Dich lieb. Oh nein, nein, nein. Ich habe mich selbst weggebombt. Scheiße. Oh, scheiße. Ich war zu tief. Oh. Oh, jetzt bin ich mitten hier auf der... Okay. Wenn wir es schon angefangen haben, bringen wir es noch zu Ende. Was sind das denn für Typen hier? Jaja, wenn ich so ein Ziel finde, dann ja. So. Komm. Nein. Du redest nicht mit Kronkh. Der hat... Ich habe nicht umgegeben. Ich habe den echt nicht umbringen können. Alter, die halten doch ganz schön was aus hier. Gibt es noch mehr Treibstoff-Punk? Machen wir einen auf Spider-Man. Die Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. So. Das noch weg. Wir haben noch mehr. Alter, was mir ist kaputt gegangen gerade. Die ganze Insel wird bald untergehen, wenn ich so weitermache. Ja, das ist eine Insel. Oh, da ist so ein Helikopter. Wenn ich den nicht kaputt mache, kann ich damit nachher abhauen. Die Lage ist eskaliert. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. Wo sind denn die anderen Dinger? Da ist noch was. Ungefähr hier unten. Weitere Schiffe sind unterwegs, um euch zu unterstützen. Was? Schiffe? Aua, 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 aua. Das ist ein Helikopter und kein Schiff. Alter, der Kran. What the fuck? Hier. So, stört's ab, mein Freund. So, wo noch? Da unten muss irgendwie noch mehr sein. So, das Gefühl, hier ist noch mehr. Wir verheiligen uns noch irgendwas. Drogen oder irgendwas. Und ein Boot. Ja, das ist schon was anderes, als eine Stadt zu befreien. Weil hier, ähm... Ah, weiß man erst mal gar nicht, wo das Zeug ist. Und ob es ja vielleicht andere Sachen gibt, die man kaputt machen muss, als die Standort sagt. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Ja, komm schon. Friss die Granate. Ich glaub, da oben schon's grad nur Helikopter haben. Die du rünst. Kaste. Oh, es geht kaputt. Schießt drauf. Hier geht alles kaputt. So, es fehlt bloß noch ein Treibstofftank, irgendwie. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Was sind denn hier noch Treibstofftanks? Wer hat die Granate? Hä? Wohl denn noch? Vor mir. Granate! Die Zentrale. Das Ziel ist immer noch da draußen. Finde nicht. Okay. Gehört uns. Yeah! Das war witzig. Wo machen wir weiter? Ja, sehr gut. Es war trotzdem witzig, Leute. Gebt's doch zu. Es war witzig. Gebt mir die Leuchtfackel. Da kommt er, der König der Rebellen. Ja, das war easy. Die schießen ja immer noch auf mich. Moment mal. So. Danke. Oh, es hat auf jeden Fall gesessen. Einfach mal die Fresse halten. Danke. Jetzt kann ich auch genüsslich losfliegen. So, Leute. Ihr kümmert euch um alles andere. Ich, äh, verpiss mich erst mal. Züch. 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 Vielen Dank.